Hey Freunde, hier ist Lien und Robin am Start. Sogar Nele ist heute dabei und oh mein Gott, ich habe einen Geisterdetektor am Start. Wir gehen heute zum Geisterhaus. Das ist das erste normale Video wieder seit dem alten Kanal. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, let's go. Oh mein Gott, Freunde, das Gerät schlägt mich jetzt noch nicht aus. Stimmt. Hat dich doch heute irgendein Stein bewegt, oder? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, Digga, es ist einfach zu heftig. Ich hab schon direkt ans, ähm, ja, irgendwas. Hier steht eine 1. Minus 1. Stimmt, da ist ein Strich. Ich weiß es nicht, wer die Minus ist. Ganz viele Rohre und so. Oh mein Gott, Digga. Und jetzt ist, ne, ist auch ein Geisterer da. Oh Gott, oh Gott, wo bin ich? Lele? Ich bin begeistert, der Gektor. Ich hab ihn mal direkt genommen. Aber Robin. Oh mein Gott. Robin. Du, wir sind irgendwo aufgewacht. Scheiße. Oh, wie das so gruseligem Challenge ist, ey. Alter. Wo sind wir hier? Nein. Das ist die alte Schule. Man, ey, die ist gruselig. Das ist der Direktor anmachen. Nö, 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 nö. Er hat's kurz ausgeschlagen. Wir gehen jetzt rein, wir gehen rein. Der hat vollkommt gerade. Oh mein Gott, lass mal ganz vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Schlägt schon fast erst rein. Alter, das heißt, hier ist irgendwas in der Nähe. Der Oltam-Gitter schlägt hier aus. Scheiße, das ist ja. Oh, mein Rücken, Alter. Alter, diese verlastene Schule. Oh mein Gott. Du musst noch ein bisschen aufhalten. Was machen wir denn jetzt? Ja, das ist ja Tiefo. Bei fünf Likes gehen wir da hin. Mit dem Geister-Detektor bei fünf Likes. Aber das traut mich. Erst bei fünf Likes. Wir sagen, wir schreiben, dass wir irgendwas entdeckt haben, okay? Ja. Oh mein Gott, Nede, was ist? Oh mein Gott, Nede, was ist denn? Oh, da steht auch los. Was steht denn hier? Freunde, das war noch nicht, ne? Das war nicht. Und wieder Bild drum. Das war noch nicht. Ich bin hier gerade vorbeigegangen. Obwohl du hast ja ausgesinnt. Hier war noch nicht. Das steht einfach... Ich hole euch. Hier ist ein X. Und noch irgendwas. Ganz viele Abdrücke. Oh mein Gott, Digga. Und genau hier schlägt das Gerät aus. Das Gerät schlägt hier aus. Oh mein Gott, hier geht irgendwas ab. Lass sie ganz schnell weg. Die ganze Zeit schnell weg geht, Digga. Oh mein Gott, hier ist noch dieses Gitter. Betraune. Oh mein Gott, Digga ist einfach schlägt. Ey, hier ist irgendwas auf. Oh mein Gott. Die sind jetzt schon weg. Die gehen weg. Schnell hier zumachen. Freunde. Schnell zu. Schnell zu. Okay, hier ist gerade nichts. Noch gleich weg. Mal fünf, vielleicht gehen wir auf jeden Fall dahin. Wir müssen schnell zurück zum Geisterhaus. Oh, ich will nach Hause. Oh mein Gott. Wir rennen jetzt. Okay. Ich leg aus. Ich leg aus. Weg hier. Freunde. Wir müssen hier weg. Ganz schnell. Genau. Digga. 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 Wow. Oh. Irgendwas hab ich hiergegengeschubst. Oh mein Gott, hier schlägt auch noch aus. Wir rennen. Oh mein Gott. Rennen. Rennen ja gerne. Ich kann nicht mehr. Ich werde die ganze Zeit geschubt. Ich auch. Oh. Irgendwas war im Weg. Wir sind wieder hier. Ah. Scheiße. Nede. Nede ist ganz hektisch. Aua. Oh nein. Oh schlag. Okay. Wie geht entlang. Aber muss weg zur Bein fahren.